Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft, du kleines, also Kind. Was, ich soll sie dir schützen? Gut, äh... Ich soll dich schützen, damit ich mich angreifen könnte. Sie hätten mich immer noch angreifen können. Sie hätten runtergekommen. Ja, eben. Und dann wäre ich gefangen mit denen gewesen. Was ist schön an einem Schnee-Bio? Mit der Welt von Divine RPG, ich hab richtig weiter kontaktiert, ich bin von zuhause über 10.000 Blöcke entfernt. Da war immer noch Schnee-Bio. Aber das hier sieht doch richtig epic aus. Guck mal nach da hin. Oh Gott. Hinwollen. Sofort. Greenshot. Hier müssen wir hin. Ding. Ja, aber es ist weit weg. Nein. Ich würde hier auch ein Home setzen, hätte ich gesagt. Moment. Slash. Set. Home. Ruhe. Alex hat geschrieben. Yay. Yay. Ich hab das zweite Home gesetzt. Ruhe Klippen. Hab ich das jetzt einfach mal genannt. Hier können wir, weißt du, was ich bauen würde? Von dem einen Berg zum anderen so eine Brücke und hier also so ein Glas mit dem Boden aus, also mit so einem Haus mit dem Boden aus Glas, geht zwischen in der Luft so halt. Gibt es, gibt es eigentlich so ein Plugin so wie Arns oder Reis Minimap? Plugin glaube ich nicht. Muss man sich dann doch selber machen. Oh mein Inventarsfall. Wollen wir wieder nach Hause? Irgendwie langsam. Ja, lass aber nochmal kurz rechts in die Hüste reinschneiden. Vielleicht könnten wir noch ein Dorf. Jo. Geben. Und dann müssen wir mal so Richtung Koordinaten... Fuck, jetzt hab ich noch ein Home gesetzt. Egal. Du musst mal... Wir müssen dann aber nochmal... An die Richtung 0,0 gehen, weil da gibt's auch oft... Ähm, Dinger. Ähm, hier Villager-Dörfer. 0,0? Ich hab' in der Nähe. Okay. Nimm mal ein paar Kraken mit. So. Dann haben wir von... Ich nimm mal von allem etwas mit. Dann haben wir nämlich von allem etwas. Du wirst jetzt mein mobiler Teleport... Ah, rechts, guck. Was sag' ich? Warum? Da. Ähm... Oh, ey, geil. Ich sag' was, ich bin Profi. Ist noch besser als ein NPC, du hast. Sag' doch, ich bin Profi. Pro-Faay. Mensch, dein Pro-Faay. So kannst du hier auch gleich Wolle abbauen. Ja, was soll ich mit Wolle? Bau' du lieber ab, wenn ich mein Inventars voll. Denk doch an, nicht auf die Druckplatte. Ja, ich weiß Bescheid. Ja, wir springen da nicht runter. Wir bauen uns einen Gang am besten. Oder so. Du bau' das TNT ab. Warte, ich mach' die Druckplatte kaputt. Das ist eine Steindruckplatte, ne? Nicht, dass es mit... Ja, wir haben... Geil! Diamantensattel. Ja, was? Pferderrüstung. Geil, Alter. Nimm mal alles mit. Hier sind Diamanten und so. Ich nimm mal... Warte, ich mach' mal ein bisschen... Ein bisschen Scrap pack' ich raus. Nein, Mann. Lass' nimm alles mit. Du hast doch... Wir gehen doch jetzt eh gleich zurück. Ja, oder... Nimm... Hier nimm mal das Seerosenblatt, dann... Oh, hier ist ein Diamant drin. Scheiß. Hier nimm das Se... Nimm mal... Mein Inventar ist voll. Nimm du alles mit. Meins ist auch voll. Ja? Ja, dann lass uns ein bisschen organisieren. Hast du... Nimm den Pump... Doch, nimm Gold mit. Nimm alles mit. Nimm du den Pumpkin, den ich dir zugeschmissen hab. Was hast du noch im Inventar? Hast du Seile? Nein. Hast du... Warte, Knochen kann ich mitnehmen. Gold auch. Ah, die Druckplatte, die Druckplatte kann weg. Hier kann ich noch eine Sache mitnehmen. Kann ich noch Gold. Was hast du? Warte, wir müssen uns nochmal richtig organisieren. Weed. Nimm du mal das Weed. Hier. 18 Weed. Ja, ich hab' 32. Ich hab' einen Platz, wir haben nix mehr hier drin. Sandstone. Sandstone können wir noch mitnehmen. Außer Wolle. Wolle können wir noch mitnehmen. Ja, und die Stenten müssen wir noch mitnehmen. Das nehm' ich mit. Jo. Ähm, hast du ne Feder? Ne. Sand? Sandstein zum Hochstacken. Ja, Smooth Sandstone. Hast du? Oder? Ne, nur ganz normalen Sandstein. Geh' mal kurz noch weg, ich will mich hochstacken. Ja, warte, muss ich auch. Fuck, kommen wir nicht mehr raus. Ich glaub' ich, ich glaub' ich nehm' mal, nehmen wir Sand zum Hochstacken. Ja, hier, ich hab' hier, hier in der Mitte kannst du hochgehen, da wo das Blaue jetzt runterfällt. Okay. Wir haben frei gebutt. Blaue Wolle. Ich kann's echt ein Oksack, Ding. Ich sag' doch, Profi. Ja, auf jeden Fall. Sind hier irgendwo noch mehr Kisten, oder war das die Einzige? Ne, das sind immer noch vier Kisten. Okay, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, das hätte... Weißt du, was ich auch mal hätte machen können? Weißt du, was mir grad eingefallen ist? Was? Wir hätten auch einfach so machen können. Guck mal. Ja, ich bin gerade schon wieder zu Hause und lad mein Inventar jetzt mal kurz ab. Moment. Ich hatte Wasser, ich hab nämlich immer einen Wassereimer. Oh. Hätten wir auch machen können, stimmt. Egal. Ey, die Wüste ist ja noch größer. So. Hab mal mein ganzes Inventar geleert. Weiß nicht, sollen wir Sand mitnehmen? Eigentlich schon, ne? Wir haben voll wehen. Wolltest du mir tippieren? Ja. Warte, ich mach mir kurz noch ne Schaufel. Äh, ich hab keinen... Hast du Eisen? Ja, ich hab ja gesagt, ich hab Eisen mit. Okay, sehr gut. Äh, ich hab... Äh, ich hab... Warte. Dann... Dann lass uns beide, ähm, Dings abbauen. Hier. Dankeschön. Ein Eisen brauch ich noch. Ja, ich hab dir... Da liegt vor dir. Okay. Jo, hab ich aufgesammelt. Ich lass wieder mal was ausprobieren. Geht das? Oh, das geht auch. Okay. Ähm... Nimmst du die mit, oder? Oh, okay. Nimm du, ich hab kaum noch Platz. Nächster ist gut. Ähm... Achtung, da kommen Zombies und sowas, ne? Ach ja. Ja, aber dann lass nach Hause kommen. Warte, ich will noch kurz. Loll! Soll du mal doppelt leer Tast, ne? Warum? Mach mal. Passiert nichts. Und wieso kann ich fliegen? Guck mal. Hast du Fly, wahrscheinlich hast du Fly an. Aber wie? Ich hab's nie aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Bist du God Mode? Fly. Jetzt ist... Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Gut, lass an. Wieso konnte ich fliegen? Scheinbar war Fly enabled. Oh, fuck, Alter. Der Kaktus hab ich voll erschrocken. Rote sind voll praktisch. Hier ist ein Creeper. Komm mal her. Oh Gott, das Ding hat ein Schwert. Der Creeper. Nein, der Zombie. Ja. Fuck. Hast du schon mal gesehen, wie ein Zombie ein Diaschwert hatte? Nein. Wie er dich denn two hittet? Das war nicht schön. Das hat mich voll depressiv gemacht. Dass ein Zombie überhaupt two hits an dir macht, ist schon fail. Ein Diaschwert war das, ne? Nee, ich mein' ja nur, weil... Ein Zombie sollte dich eigentlich nicht finden können, weil die ziemlich dumm sind. Aber sie haben voll viel Leben. Sie haben 20 Leben. Ja, wie du... Alter, diese hässlichen Kaktälen. Diese Kaktusen. Gänzt die ganze Zeit die ganze Zeit gegen? Ja, wenn ich... Ich lauf rückwärts, weil ja Zombies von vorne kommen und dann schickt da so'n scheiß Kaktus. So'n scheiß Kaktus. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Boah, hey, du bist schwer. Umdurgenwunden. Ich hab' ne Pampa gelandet. Zombies. Ja, komm, lass nach Hause. Warte, hier sind Geschweine. Ganz viele. Ja, okay. Extrem viele. Oh Gott, Creeper. Achtung, da war ein Creeper auch. Hier sind zwei Skelette. Achtung, da war ein Creeper. Ja, der ist nicht neben mir explodiert. Nein? Nee, nee, gar nicht. So. Voll so'n... Ey, das ist voll so'n Headglitcher. Headglitcher. Genau wie Skelette Aimbot haben. Das find ich voll assig. Bist du schon bei mir? Füllte Schweine. Ich, äh, schere grad die Schafe. Ich mach mir erst mal gleich ne Diaho. Ja, auf jeden Fall. Und dann schadet sie. Dann werd ich dich töten. Infinity. Also, ich mach mir so lange Diaho's, bis ich Infinity hab. Okay. Ich glaube dann... Wer kommt eigentlich auf die Idee, sich eine Diamantenho zu machen? Ohne Spaß? Hallo, sie... Die macht schneller... Weil man Fäder auch nicht... Weil man Fäder auch nicht mit ner... Äh... Holzho-One. Ja, aber ne Steinho... Ne Steinho würde ich mir machen. Ja, natürlich ne Steinho. Oder auch ne Eisenho. Damit du nicht alle zwei Sekunden laufen musst. Aber... Doch keine Diaho. Okay. Ich wüsst bestimmt, wen ich meine. Super. Ey, geil, geil, komm her. Hier ist so ne Burg. Hier ist ne Burg. Ja, warte, ich muss über eine Spinne töten. Äh, ein NPC-Dorf. Klar, aber ich bin scheiß Burg. NPC-Dorf. Ja, ich tp mich. Äh, tpc. C2. Äh, mein Schwert. Ich hab mir kein neues Schwert gemacht. Wir sollen sparen. Eisen, komm mal her. Bitte. Ja, was? Brut, Brut, Eisen und Eichen-Zerplingen. Hier in der Schmiede. Boah, sehr gut. Ist in den Ölfen eigentlich was? Ne. Ich will damit abzocken. Zehn... Alter, zehn M1 für ein Ende-Auge. What? Für ein Ende-Auge? Ja, wir haben aber kein Blaze-Powder. Und so. Schaffen wir erstmal nicht. Warte, ich... Ich baue den ein, damit er nicht rauskommt. Okay. Wir können jetzt wissen, wir, bei denen, wo so ein Holzstamm vor ist, das ist der... Der ist in der Auge. Hier gibt's Kartoffeln. Ja, sollen wir die ein. Natürlich. Ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren kann ich auch noch einen. Was, warum, ein Faschissner... Typsi. Du kannst mir auch Sachen geben, ne? Mein Inventar selbst. Ja, warte. Ich suche erstmal nach, ähm, der Bücherei. Der Bücherei ist nämlich ganz schön knorke. Ja, das wäre gut. Das Dorf ist auch nicht so ein Lappendorf. Komm mal her, du musst mal... Weil hier, das Dorf ist richtig krank verteilt auf die Berge. Also... Ich weiß. Ich muss jetzt... 19 read 1 Emma Alt. Das mach ich, ne? 19 read 1... Ja, natürlich. Wenn du mir nochmal was gibst, kann ich noch ein Emma Alt holen. Ja, warte. Ich hab, äh, 2 Weed. Wie viel brauchst du? Ey, die... Die machen gerade Liebe. Was? Ververse... Ververse Schweine. Hallo, ich wollte... Oh Gott! Wollte auf Liebe zu machen. Entschuldigung, entschuldigung. Das war Angstsex. Warte, hier gehen wir zu dem einen Heimlichen. Der macht... Für 19... Ich hab aber nur 2 Weed. So, hier war noch ein Feld. Hier... Ja, hier sind noch richtig viel. Hier sind auch Kartoffeln. Ja, die... Dankfrauen kann ich auch noch welche einsammeln. Kartoffeln und Möhren. Wir brauchen das. Voll geil, dass wir die jetzt haben. So gut, so schnell. Können wir uns golden... Golden... Dinger machen. Können wir uns vor euren Tierfarms machen. Wir haben einen Sattel. Dann können wir holen uns ein Schwein und machen uns mit einer Angel. Und... Verkorten der Möhre. Hier, das sind... Das sind unsere Sexsklaven hier drin. Halt! Okay. Was? Jeder wollte doch schon mal Sexsklaven haben. Du wolltest vielleicht schon mal Sexsklaven haben. Aber nicht jeder. Geh weg, ich werd springen. Ha. Ja, mach A-X. Ja. Eigentlich voll geil, dass sich einen für Weed Emeralds geben und diesen Weed baut man bei denen ab. Das ist immer so. Das ist total episch. Wir klauen den... Wir klauen ihnen ihre Produkte und verkaufen die auch noch an sie. Das ist die beste Geschäftsstrategie. Wie viel hast du? Äh, 19. Ja, warte. Hier ist noch mehr. Ich geb dir da noch was. Ja, warte. Hier ist noch... Achso, das ist... Wie warst du schon drin? Nein, in der Schmiede warst du auch drin, glaube ich. Nee, dir hier nicht. Hier ist noch... Achso. Oder hast du... War ich grad... Beklau... Ach. Ich war grad von so einer Sprünge. Geht's? Oder... Muss ich dir... Nein, in der Schmiede waren wir doch schon drin. Da war ich schon drin. Jetzt gerade eben. Da war aber noch was in der Kiste. Was denn? Äh, Eisen, Brot und Gold. Ja, ich hab doch gesagt, du solltest rausnehmen. Achso. Hast du, ich dachte, du hast jetzt raus schon. Nee, ich hatte ja keinen... Das ist ja noch mehr. Wir brauchen aber eine Bücherei. Ja, auf jeden Fall. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube, hier ist keine. Das haben Alex und ich nämlich gemacht. Wir haben die komplette Bücherei auseinandergenommen. Und dann haben wir noch... Äh... Oh, 20 Kohle für den Emma, alt. Was? Ich geh kurz nach Hause, man. Und dann können wir uns fertig... 20 Kohle. Ich nimm auch noch das Weed mit. Wohl, nee, das Weed. Dann nimm auch noch mehr. Warte, wo ist unsere Kohle? Achso, ja. Nee. Ich hab hier 16 im Ofen. Ich pay dich mal zu mir. Und ich geh nach Hause und hol die Kohle. Warte, ich lad noch mal ein bisschen was ab. Ja, ich hab mein Inventar. Ist eh, weil der mach ich auch. Ja, warte, bleib mal kurz. Toffeln, Weed, Eisen hab ich jetzt nämlich mal die Hälfte mit. So, das kommt noch von mir, Eisen. Ja, das meine ich. Ich hab die Hälfte von dem da gelassen, weil wir brauchen ja nicht so viel. Hier, der Typ, der hier wieder vor mir steht. Das ist der Kohle. Okay, wir haben irgendwie keine Kohle mehr. Bleib hier, nein, nein, nein. Bleib bei dem Typsi, ich komme gleich wieder. Du kommst hier nicht weg. Keine Chance. Aber nicht schlagen. 15 Minuten. Los, Sex, klar. Ich weiß ja, ich hab immer nicht geblieben. Fuck, jetzt bin ich wirklich geschlagen. Aber er handelt noch. Ich hab ihn mit der Schaufel geschlagen. Nein. Nein, so ist es. Oh, ja, los, schneller. Pack erstmal alles rein. Ja. Oh Gott. Du warst mit unserem Sexsklaven rum. Von vorne. Kann man das jetzt auch... Man sieht mich gar nicht. Besser so. Ich bin hinter dem Sexsklaven versteckt und es gibt keinen drin. Cut. Das Niveau. Kommst du? Oh Gott, warte. Ich hab ein Leergrad aus. Ich hol jetzt die Kohle. Die ist doch in der Miene, ne? Unten. Bei Aufregung hab ich voll gefurzt. Gefurzt in deine Fresse. Ich steh in ihm drin. Nimm einfach zwei Stacks, ne? Oh, mein Skin ist hässlich. Ja, wir machen dir neun. Ja, das hab ich. Hoffen. Hab ich für dich. Ich tippe mich jetzt zu dir, ne? Jo, tu dat. Dann kann ich mich wieder rumlaufen, weil ich nehm auf und das ist für die Zuschauer, glaub ich, ein bisschen langweilig. Ja, okay. Geh weg. Mach bis. Gib mir mal deine Kohle. Ich hab keine Kohle. Ich mein nicht Kohle, sondern... Deine... Meine? Deine Weizen. Ich hab kein Weizen mit. Ich hab das Eis in, äh, zu Hause in der Küste. Hey, guck mal. Der ist auch schon wieder so horny. Guck mal. Der ist horny. Der ist horny. Der ist horny. Der ist horny. Guck mal. Warte. Der ist horny auf dich, also. Guck mal, guck mal. Oh, oh, oh. Oh ja, los. Und das filme ich und das geht ins Internet. Das geht ins Internet. Da kannst du dir sicher sein. Oh, der macht mich ganz horny. Guck mal, der gefällt das. Oh, oh. Oh, oh. Flotter 3er. Flotter 3er. Du musst in den F5-Modus gehen, ne? Oh Gott. Aber jetzt geht es hässlich. Egal. Du hast einen coolen Afro. Mit dem, mit dem, ey. Mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Ja, wir müssen dich noch irgendwie aneinander... Ja, mit dem Schwert. Mit dem Schwert hinten rein. Oh ja, da. Das gefällt dir doch. Das gefällt dir doch. Das gefällt dir doch. Okay, das geht nicht. Was habe ich noch gesagt mit dem Typsi, den wir... Wie viele Ender, wie viele Emeralds waren? Hast du noch einen Emerald? Nee, ich habe gar nicht. Gar keinen Emerald. 10 Emeralds brauchen wir für ein Ender-Auge. Wir haben nur 6. Was heißt nur? Aber einen Ender... Ach so, ich dachte verkaufen. Nee, kaufen ist das viel zu viel. Aber trotzdem werden wir jetzt... Weil ein Blaze und ein Ender-Ender-Pattern sind 16 Ender-Augen. Don't forget this. In your Rechnungswesen. Ja, hier war einer, der hat 19 Kohle-Hürden. Verdammt. Warte abzacke, ich töte den. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Du, Sexsklave, hast du... Nee, das ist der mit Weizen, äh. Der hat 19. Wo ist der, der uns abgezockt hat? Der hier, der muss sterben. Einen qualvollen Tod. Ich glaube, das ist der hier, oder? Ja, da sind schon wieder welche, die machen hier. Neun Gold, ein Emerald. Ein Emerald... Fünf Melonen. Ein Emerald, zehn Pfeile. Ein Emerald, neun Pfeile. Zockst du uns hier etwa ab? Hörten. Du verdienst den Tod. So, du bist tot. So, du bist tot. Weil, ein Emerald... Guck mal, die sind voll dumm. Die können doch nicht mal irgendwie Wege bauen, oder sowas. Ja. Okay, wir gehen jetzt nach Hause, würde ich sagen. Es regnet. Was wollen wir denn machen? Ja, aber es ist besser, als jetzt draußen rumzulunkern, wenn es regnet. Natürlich. Ja, aber, was wollen wir machen? Äh, keine Ahnung. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja! Ey, ich bin so perfekt, ne? Ich bin vorderrein ein Jumper. So Zucker? So Zucker wie? Was? Brauchen wir noch Holz? Wir können hier das Dorf auseinanderlegen. Nein, lass das Dorf da. Es regnet. Ich bleib jetzt hier drin. Ich bin zuhause. Mag Regen nicht. Wo bist du? Ach da oben. Ähm... Wollen wir... Ja, was wollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, wie lange geht die Folge? Ich... Ja, die Folge ist jetzt erstmal vorbei. Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihr ihn doch mal um. Wenn nein. Dann eine nach... Äh... Unten. Tschüss und bis dann.